Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute gerät sich alles um das Diablo und ich werde euch heute einfach mal verschiedene Diabolos vorstellen und die Vorteile und Nachteile und natürlich noch was für Stellen man braucht und demnächst wird ein Video kommen, wie das Diablo spielen funktioniert. Also, ich habe jetzt hier erstmal zwei große Diabolos, das sind beides Vision Diabolos. Ich werde euch die ganzen Diabolos auch noch in der Beschreibung verlinken und alle Diabolos, die ich habe, sind von Henrys, das ist eine Schenglager-Marke für den Schenglager-Titel und der Unterschied zwischen diesen beiden Vision Diabolos-Sets, das ist gleich groß wie man hier sehen kann, und der Unterschied ist einzig und allein, dass das hier eine Freilaufrolle hat und das hier eben nicht. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Freilaufrolle und keiner Freilaufrolle? Der Unterschied ist, dass man mit einer Freilaufrolle Tricks machen kann, die mit einer Nicht-Freilaufrolle nicht funktionieren oder nicht so gut funktionieren. Allerdings auch umgekehrt, das heißt, man kann auch mit einer Nicht-Freilaufrolle Tricks machen, die man wirklich nur mit einer Nicht-Freilaufrolle machen kann. Und wenn er Freilaufrolle ist, ist es halt so, dass das Kugellager hier in der Mitte und die Teller voneinander unabhängig sind. Das heißt, man kann jetzt entweder die Teller drehen und das Kugellager in der Mitte bewegt sich nicht oder eben umgekehrt. Und bei der Nicht-Freilaufrolle bewegt sich immer beides. Und wenn man jetzt das Diablo auf dem Stab balancieren lässt, also so, also bei einer Freilaufrolle drehen sich dann nur noch die Teller und das Kugellager in der Mitte bleibt schön hier drauf. Und bei einer Nicht-Freilaufrolle muss man das Ganze ausgleichen, weil das Diablo dann nach vorne wird und runter. Und was ist jetzt der Vorteil von großen Diabolos im Gegensatz zu kleinen Diabolos? Ein großes Diablo ist für Anfänger leichter, weil man es besser auffangen kann und besser sieht und weil es langsamer dreht. Und ein kleines Diablo bekommt schneller Schwung, dreht sich viel schneller und es wird auch in der Luft, und dann kann man es nicht mehr gescheit fangen oder nicht so gut fangen, ein großes Diablo. Deshalb würde ich eben Anfänger von euch empfehlen, sich jetzt mal ein großes Diablo, vorzugsweise ein Vision Diablo zu kaufen. Und damit kann man dann auch schon die gleichen Tricks eigentlich machen wie mit einem normalen Diablo. Und ich würde euch auch empfehlen als Anfänger, erst mal ein normales Diablo ohne Freilaufrolle zu kaufen, weil mit Freilaufrolle ist es natürlich schwieriger. Also das ist dann auch immer eine bestimmte Seite hinten und bei einer Nicht-Freilaufrolle kann man auch wechseln. Und dann gibt es natürlich noch Mittel Diabolos, das ist dann eine Zwischengröße. Das ist jetzt in diesem Fall das Jazz Diablo, natürlich auch hier von Heinrichs und wie alle anderen in der Beschreibung verlinkt. Und Jazz ist gleich wie das Wischen, aber trotzdem noch größer wie das Mikro. Und das Jazz ist jetzt schon für Fortgeschrittene eher. Und man kann dann damit natürlich die gleichen Tricks machen wie mit allen anderen auch. Und es dreht sich ein bisschen schneller und ja, zu den Stäben. Viele von euch werden natürlich die Holzstäbe kennen, schätze ich mal. Oder vielleicht auch nur die Holzstäbe. Mir persönlich taugen die Holzstäbe gar nicht, also liegen die nicht schön in der Hand. Und die Schnur ist meistens auch nichts gescheits. Dann gibt es natürlich noch, wie ich jetzt Metall hineinstäbe und dann auch Carbonstäbe. Carbonstäbe bin ich jetzt persönlich auch eher abgeneigt gegenüber, weil die können brechnen. Ja, Carbon kann brechnen. Auch wenn es manche nicht wahrhaben wollen. Habe ich auch schon gesehen, dass es bricht. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass es splittert und man die ganzen Splitter nachhaut hat. Bei Metall ist das jetzt nicht der Fall. Das kann nicht brechen, kann höchstens unter großem Kraftaufwand verbiegen, was auch eigentlich nicht vorkommt. Und deswegen bevorzuge ich die Metallstäbe. Und bei der Schnur gibt es auch verschiedene natürlich. Da würde ich mir eine dünnere nehmen und auch eine von Henrys natürlich. Und da kann man dann auch hier noch einstellen bei den Stäben. Sehr schön einstellen hier. Und da ist auch wieder wichtig, dass man die Größe beachtet. Das werde ich ja aber in einem nächsten Video noch genau erläutern, wie lang die Schnur sein muss. Und das war's auch von dem Video. Ich hoffe, ich habe euch mal ein paar kleine Einblicke geben können, was ihr für ein Diabolos bräuchtet und was die Unterschiede sind. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Wie gesagt, die Links zu den ganzen Diabolos und dem Sterben sind in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Mittwochen 16. wieder. Bis dahin. Ciao.